Jo, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Land 2. Wir waren im Boss Castle stehen geblieben. Und das wird wahrscheinlich der letzte Part meines Projekts. Und ich hab mussten. Und das Level ist ziemlich schwer. Und das war dumm. Okay. Warte. Genau. Schild ma- Noi. So, jetzt aber. Ega. Ich hab Pfeile gespeichert. Deswegen. Weil sonst find ich das echt zu assi. Warte mal. Ich vergesse hier auch immer zu ducken und so. Stimmst du was, man? Oh Gott, oh wow. Okay, da speich ich mal kurz. Was auch immer. So. Gibt's hier auch irgendwo. What the fuck? Checkpoint? Ouch. Genau. Das mach ich nicht immer. Das mach ich nicht immer, dass mach's grad nur hier ähm. Bei der Burg. Weil es hier wohl irgendwie kein Special nicht speichern gibt. Und weil das ziemlich schwer ist. Hä? Der hat mich getroffen. Fuck. Was ist das? Ouch. Ja, genau. Schlau. Dumm. Ich bleib mal stehen. Ja, das war dumm. Leute, wir sehen uns, wenn ich's geschafft hab. Boah, Leute, das ist so schwer gerade. Was ich nur mal gesagt hab. Ja, pff. Deswegen. Wartet Kumako. So, es geht weiter voran und joa. Gucken was jetzt kommt. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Okay, ich hab's mir... hab's schon geahnt. Ah. Eins ist gleich gegen... äh... Fingerkampf. Woa 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 woa... Schön... Okay. Ich muss gegen den kämpfen oder was? Oh. Ist das Minimus oder so? Oh Gott. Okay. Genau. Zwei. Ah. Ja, schlecht. Twim. Genau. Das Finale ist jetzt nicht so spektakulär, aber ich hoffe, es ist einigermaßen gut für euch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, es ist einigermaßen gut für euch. Einigermaßen gut für euch. Aber... Ich könnte es mir vorstellen, dass die so assig wären. Oh ne, das war hier ok. Kommt doch her. Hoffe jemand fertig werden. Hä, das wird der Failpart. Äh, Failpart. Das kann ich euch schon mal sagen. Bam, bam, bam. Aber ihr müsst selber mal spielen, das ist sehr schwer. Generell die alten Spiele sind schwer, aber... Manche unschaffbar, aber das Spiel geht ja noch einigermaßen. Nur das ist grad das einzigste mal, dass ich hier Safestate benutze. Bam, 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 bam. Hä, warum schaff ich den grad nicht? Mann. Die Autonomian. fool. Doh. Und jetzt Okay der Boss Der Endboss Bei dem werden wir erst im nächsten Part machen Also ciao Leute